In der Bibel steht viel über Geld. Es kommt hunderte von Malen in der Bibel vor. Ich habe schon gehört, dass Geld das Hauptthema der Bibel sei. Und das liegt daran, dass es so viele Lebensbereiche beeinflusst. Entscheidungen, Gefühle. Es ist ein Maßstab für Erfolg. Wir bekommen Angst und sorgen uns wegen der Rechnungen, wegen unserer Lebenshaltungskosten, der Inflation, unserem Lohn. Viele von uns sind heute hier.